Der Bau der neuen Zentrale der Tiroler Versicherung geht in die finale Runde. In der Wilhelm-Greilstraße in Innsbruck entsteht ein Bürogebäude, in dem 2000 Kubikmeter Holz stecken. Am Mittwoch laden Tiroler Vorstand, Architekt, Projektleiter und Holzbauer ein, um den Rohbau zu besichtigen. Das Besondere an dem Neubau ist, dass man sich entschieden hat, das Thema Nachhaltigkeit nicht nur auszusprechen, sondern auch wirklich umzusetzen. Das heißt, es ist der erste Holzbau im innerstädtischen Bereich, der auch von der Höhe in eine Hochhausregelung hineinfällt. Man sieht an der Konstruktion jetzt hier, wir haben zwei Stiegenhäuser, die sind betoniert, die zwei Untergeschosse und das Erdgeschoss sind auch betoniert. Und über diesen Betonunterbau sind jetzt sieben Geschosse in Holz ausgeführt. Das heißt, wir haben da so ungefähr zehn Meter große Fassadenteile, wo auch die Fenster schon drinnen sind, die sind mit LKW angeliefert worden und werden da sukzessive der Fassade entlang aufgebaut. Und wir haben auch einen Holzboden, Holzdecken, also die Konstruktion außerhalb dieser Treppenhäuser ist wirklich eine Holzkonstruktion. 350 Arbeitsplätze sind auf acht Geschosse aufgeteilt. Mitte des Jahres 2024 soll das Projekt abgeschlossen sein.